Hallo ihr Lieben, ich bin Christian Schammer, Partner, Kooptions-Coaching-Coaching-Blogger und wir analysieren mal wieder eine Dating-Situation heute. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende, Selbstbehauptungs-Challenge, könnt ihr noch einsteigen. Ich habe den neuen Flugangskurs und heute geht es um das Thema, soll ich dir so mal einen Friendzone, also es gibt so einen Dating-Start und dann geht es nicht so richtig weiter. Andererseits wird man in Zukunft viel Zeit verbringen zusammen, aus glaube ich beruflichen Gründen und ja, schauen wir mal. Wenn du auch solche Fragen stellen willst, kannst du über ein Formular auf liebesche.de machen und da kannst du auch gucken, ob du auf meinen Stapel willst oder eine sichere Antwort haben willst und genau. Also den Zuschauerinnen, hallo Christian, ich bin Anfang 30, habe zwei Jahre als Single eine richtig gute Zeit verbracht. Jetzt habe ich nebenberuflich ein Präsenzstudium begonnen und einen interessanten Kommilitonen kennengelernt. Wir haben gemeinsame Hobbys und Werte festgestellt und waren uns von Anfang an sympathisch. Wir haben gegenseitig kleinere Komplimente ausgetauscht und vor drei Wochen hat er mich zum Essen eingeladen. Wir hatten einen tollen Abend, ich habe mich wohl gefühlt, wir hatten gute Gespräche, er hat bezahlt. Danach sind wir noch in eine Bar einen Wein trinken, der ging auf meine Kappe. Ja, also alles gut, er hat das Date gemacht, Ortswechsel, alles gut, Hangout, Have Fun, Hookup. Zum Abschied hat er mir einen Kuss auf die Wange gegeben und gesagt, dass er den Abend wunderschön fand und wir das unbedingt wiederholen sollten. Ja, was soll denn ein Kuss auf die Wange? Aber gut, das sind jetzt vielleicht, glaube ich, keine handfesten Sachen, aber was ist alles okay bis hierhin. Ja, zwei Tage später kam die Einladung zum Kochen bei ihm. Okay, auf seine Frage hin, wann wir uns treffen, habe ich ihm mitgeteilt, dass der kommende Sonntag oder Dienstag passt. Daraufhin keine Antwort mehr per WhatsApp. Ja, also ich meine, es ist für mich wirklich unfassbar. Also ich habe das auch gerade privat wieder erlebt. Also es ist ja nicht möglich, auch noch die kleinsten Sachen abzusprechen. Ich weiß nicht, ist das das neue Normal, dass sich Menschen einfach nicht mehr festlegen können auf gemeinsame Termine. Es wird alles kurz vor immer wieder alles umgeschmissen und also ich habe das privat überall und höre das auch von allen möglichen Leuten. Und ja, klar, es ist natürlich auch schön, wenn man sich immer alles offen hält. Auch, aber ich meine, meine Welt ist das eigentlich nicht, sage ich ganz ehrlich. Und ich freue mich immer über die zu genausten wenigen Menschen, denen du Termine abmachen kannst. Und das klappt dann auch irgendwie so. Es findet einfach statt. Man muss nicht bis zu Fluten vorher überlegen. Aber das ist eine Seuche. Keiner will sich mehr festlegen auf irgendwas und wird auch nicht abgesagt. Und ja, es ist, also ich kann das nicht begreifen. Also mir geht das eigentlich, seitdem ich erwachsen bin, geht mir das auf den Sack. Und es wird immer schlimmer, finde ich. Es wird immer schlimmer. Und ich habe auch manchmal gar keinen Bock mehr, mich überhaupt noch zu verabreden mit Leuten, die man nicht gut kennt. Weil, den kennst du ja auch nicht gut, weil sowas immer wieder passiert. Also du hast ja jetzt nichts falsch gemacht. Das ist einfach dieser Irrsinn heutzutage. Auch dieser Dating-Irrsinn. Wir haben uns an dem besagten Wochenende live in der Vorlesung gesehen. Er saß bereits im Raum. Ich habe ihn breit angelächelt, eine Hand auf die Schulter gelegt und mich dann zu meiner Freundin zwei Blödsinn weitergesetzt. Ja, also mehr kann man echt nicht verlangen von dir. Gesprächsinitiative kam von ihm an diesem Wochenende nicht. Ja, also das ist für mich ein Fall von Standard-Sendier-Rackern. Also ich weise gerne noch mal hin auf die Videos. Ich glaube so die vier Aspekte gesunden Datings oder irgendwie sowas. Und die vier Aspekte, an denen du einen guten Dating-Prozess erkennst. Und einer ist eben Progression. Progression findet nicht statt. Also wir hatten ein gutes erstes Date und es gibt keine Progression zum zweiten Date. Dann bricht der Kontakt ab. Aber das Warum, ich kann dir das nicht sagen, für mich ist das völlig, sagst du jetzt mal so flapsig, irrsinnig, warum man sagt, man fand es total gut, jemand einlädt, was ja auch klare Botschaft und dann das nicht zu Ende bringen. Nicht sagt so, ja, wann sehen wir uns? Oder aber auch nicht abstacht, mir ist das völlig schleierhaft. Das ist so eine der Sachen heutzutage, wo ich mich überhaupt nicht reindenken kann. Ich kann das nicht begreifen, warum man das macht. Deswegen kann ich dir das auch nicht sagen, warum und wieso, weil das macht keinen fucking Sinn. Aber wenn Sachen keinen Sinn machen, ist es eine Red Flag. Und da muss man auch, also jetzt an dem Punkt, wo du jetzt bist, werde ich für mich den Dating-Prozess abgeschlossen. Ich habe einfach gedacht, ey, also das ist auch gar nicht so, das ist, glaube ich, ein wichtiges Ziel, auch gar nicht so emotional zu sein, sondern einfach zu sagen, okay, whatever, werde ich nie rauskriegen. Warum und wieso, draufgeschissen, Leben geht weiter, next. Und wir wollen uns ja auch nicht so früh so emotional dranhängen an jemanden, den wir noch gar nicht kennen. Also immer nur von Date zu Date denken. Da ich introvertiert bin, kann ich direkt Zweifel auf, ob ich mehr Initiative hätte zeigen sollen. Ja, ich weiß nicht, ob du mal eine Dating-Kurse machst. Daraus ergibt sich ja auch die Antwort dann, du machst genug, du hast dich ein, du erscheinst auf den Dates. Du bist bereit, weitere Dates zu machen. Du legst mir die Hand auf die Schulter, mehr muss eine Frau nicht machen. Das ist, alles gut. Lasst euch nicht von diesen Männern, die nicht wissen, was sie wollen, die nicht wissen, wie man eine Frau verführt, die nicht wissen, wie man einen Dating-Prozess gestaltet, lasst euch von denen nicht nerven oder irgendwie euer Selbstbewusstsein nehmen. Das ist einfach, das ist auch wirklich fucking respektlos. Ich finde es irgendwo, ich meine, da wird sich da nichts bei denken, bin ich mir ganz sicher. Und das ist wahrscheinlich noch nicht mal irgendwie böse gemeint. Trotzdem ist es irgendwie respektlos, so was anzufangen und nicht weiterzumachen. Aber wie gesagt, ich glaube, der wird sich da gar nichts bei denken. Ich weiß nicht, ist es irgendwas, was seine Kumpels wollen Fußball gucken oder ist es die, weiß ich nicht, Halmer Weltmeisterschaft, wo er unbedingt immer nicht weiß, geht da jetzt hin, geht da nicht hin. Aber es spielt einfach keinen fucking Sinn. Oder hätte jemand anders, also es ist, also ehrlich gesagt, weil ich das überhaupt nicht nachvollziehen kann, kann ich dir jetzt auch, kann dir nicht mal sagen, was, wie, wie das dazu führt. Auf jeden Fall ist es eine oberbeschissene Kommunikation, ne. So, und dann sollte man auch nichts mehr machen. Also ich hoffe, ich muss jetzt nicht weiterlesen und du machst hier noch irgendwas, weil das macht einfach keinen Sinn irgendwie, ne. Aber gut. Am letzten Vorlesungstag, dem Sonntag, habe ich ihn gefragt, ob die Einladung zum gemeinsamen Kochen noch steht. Das, Leute, lasst das, wenn, lasst das. Ihr braucht nicht noch die Bestätigung. Wenn ein Mann Interesse hat, warum auch immer das jetzt aus dem Nichts irgendwie verschwunden ist, dann, und die wollten nur Männer daten, die Interesse an euch haben, dann lässt er nicht so eine Einladung zum Kochen verstreichen und so in der Luft hängen. Und da, Leute, es ist wirklich, lasst es da nachzufragen. Es gibt, da kommt nur Müll beraus. Ich habe eine ganz ähnliche Mail neulich schon mal beantwortet, wo die Frau auch gesagt hat, was ist denn nun, hat ihn dann noch überzeugt zu kommen und dann hat er wieder abgesagt kurz vorher, lass das los. Also wenn jemand nicht will, dann will er nicht. Und wenn er will, also ihr müsst die Männer nicht zum Daten tragen. Ich weiß, das macht keinen fucking Sinn und das nervt einen. Das ist auch der Punkt, an dem ich damals Online-Dating aufgegeben habe, weil ich da einfach keinen Bock mehr drauf habe. Also gar nicht, dass es schwierig ist, ein Match zu finden oder es schwierig ist zu viben mit jemandem, sondern dieser Irrsinn, dass jemand sagt, ich will dich unbedingt wiedersehen und dann fünf Minuten später, ach nee, das vibet nicht so richtig. Also dieser Irrsinn finde ich persönlich schwer zu ertragen. Andererseits ist es ja kein Online-Dating. Also was willst du denn machen? Du kannst nichts machen, ne? Ja. Seine Antwort kam, ja klar, aber nicht heute. Ich muss noch den Haushalt machen. Ja, also übersetzt, ich, warum auch immer, ich habe kein Interesse mehr in dir, so, ne? Tut mir leid. Seitdem erfolgt ein sporadischer Austausch per WhatsApp und Lockerunterhaltung in der Gruppe in der Uni. Aber auch Komplimente, wie ich habe von dir geträumt. Ja, das ist meiner Ansicht nach manipulativ, ne? Was soll das? Also, aber das ist dieser, dieser ganze Overhead von Irrsinn, den wir gerade haben in der Welt, wirklich, das ist, mich macht das wahnsinnig. Aber ich will, ich persönlich will mit solchen Leuten nichts mehr zu tun haben. Also das sollen die machen, aber nicht mit mir so, ne? Und ich rate euch, zu diesem Mindset zu kommen, weil was soll das? Also wenn er von dir träumt, und was ja übersetzt heißt, ich finde dich toll, warum will ich da nicht daten? Wie gesagt, sobald Sachen keinen Sinn machen, bist du raus. Ja, du hast von mir geträumt, ja. Du bist mir egal. Das ist, das ist mir egal. Du hast, du hast versagt, du hast deine eine Chance in meinem Leben gehabt, hast du vergeigt, du bist raus. Das kannst du tausendmal erzählen, dass du von mir träumst. Das Mindset brauchst du. Seid kühler, seid härter. Ja, muss ich wirklich sagen, weil es funktioniert einfach nicht. Einfach es immer wieder so weich durchs Leben zu gehen. Bei den richtigen Leuten sollst du natürlich weich sein, ne? Aber so, das ist raus. Das hat seine Chance gehabt. Fertig. Ich bin verwirrt. Ja, und das ist an sich schon eine Red Flag, ne? So, wir fliegen Ende März zusammen mit viel weiterer Kommilitonen für zwei Wochen zum Studienaustausch in die äußere Mongolei und wohnen auch zusammen in einer Wohnung. Das ist richtig, richtig übel. Und jetzt kann man sagen, es ist mutig, dass du das überhaupt gemacht hast. Aber warum nicht? Mein Gott, ihr seid jung, relativ jung. Hast du dir heute auch gedacht, Mensch, dann fliegen wir da noch hin und haben einen coolen Datingprozess am Laufen. Ist doch voll witzig. Und es ist alles gut. Ist jetzt halt so gelaufen, ne? Soll ich mein romantisches Interesse und die Gefühle für ihn nochmal konkret und direkt kommunizieren? Nein! Lass die Finger von dem Typ. Wirklich, der ist tot für dich. Der ist romantisch tot. Ich würde ihn wie wirklich, wie eine neutrale, sexlose Person behandeln, die dich null interessiert. Selbst wenn du innerlich denkst, ja, ich finde ihn interessant ist. Raus. Fertig. Ihr müsst wirklich härter werden, sonst habt ihr immer wieder diese ätzenden Prozesse. Wozu? Du hast es gemacht. Er hat mich drauf eingegangen und er ist raus. Oder soll ich das Ganze versuchen zu vergessen und ihn mit Anstrengung versuchen in die Friendzone zu schieben? Warte, muss ich doch nochmal in mein schlaues Buch gucken. So. Das große Datingbuch. Okay, ich gucke mal rein. So, Studiengruppe in der äußeren Mongolei. Erste Date, zweite Date abgesagt. Träumt, verwirrt. Ja, du sollst ihn in Friendzone, steht hier. Okay. Knallhart Friendzone. Auch, ich würde dir auch raten, ich meine, das ist immer schwierig, aber ich würde auch sagen, ohne Rückfahrticket. Also, der ist raus. Das wird sich wiederholen, wenn du dir eine neue Chance gibst. Ja. Sehr wahrscheinlich. Kannst du mir gerne nochmal schreiben, wenn du wieder da bist. Die kleine Studiengruppe und die bevorstehende Reise machen das nicht leicht. Wir haben noch zwei Jahre im Studium zu verbringen. Ja, mein Gott, das kommt vor. Wo soll man, ich sage ja immer, dateet auch mal offline und dann passieren da solche Sachen drauf geschissen. Ist nicht viel passiert. Ihr seid nicht in der Kiste gelandet. Abhaken. Man kann das üben, dass man sowas abhakt. Da musst du wirklich denken, ist nicht wert, dass ich mir den Kopf drüber zerbreche. Was ist hier dein Rat? Was würdest du in dieser verzwickten Situation tun und kommunizieren? Also, kommunizieren würde ich gar nichts, weil ich nicht mehr mit Menschen kommuniziere, die, weiß ich nicht, sich einfach uneindeutig und irgendwo auch manipulativ verhalten mit solchen Menschen. Also, ich verurteile die nicht. Ich meine, jeder wühlt sich hier durch und so. Aber ich habe keine Lust, mit denen zu kommunizieren. Also, ich würde gar nicht mit denen. Und ich in solchen Situationen, das ist mein letzter Datingstand gewesen. Ich bin ja schon länger in einer Beziehung. Aber mein letzter Datingstand war, solche Leute sind sofort raus. Und die Leute, die ein hohes, starkes Datingwissen haben, was ich, soweit ich das beurteilen kann, würden das alle genauso machen. Da bin ich mir ganz sicher. Alle, die sich lange mit Dating beschäftigt haben, kommen zu dem Schluss, also auf eine gute Art beschäftigt haben, kommen zu dem Schluss, dass man echt streng sein muss. Richtig streng. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Zeit in der Mongolei. Und wir sehen uns bald wieder. Schau, ihr Lieben. Tschüss. 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 Tschüss.